Oh geil, ich hab den Kohle gemobst. Jo, seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge Athera 3. Und ja, we're trying on the server. Das Problem ist, das geht grad nicht, weil der Server... oder? Anmelden. You're not on the server. Doch, jetzt funktioniert's, okay. You're not on... Okay. Ähm, wir sehen uns gleich wieder. Ich hab nämlich noch den anderen Account drin. Ah, okay, du hast einen falschen Account, okay. Ja, warte, ich... äh, das sieht man ja grad nicht. Das ist grad schwarz bisschen. Ah, okay. Also, ähm, Theo muss noch schnell den Account wechseln. Das geht schnell. Aber dann geht's auch schon wieder los. Ich werd derweil schon mal... Ah, fuck, jetzt hört man's wahrscheinlich. Ja, ich... Mh, mein PC im Hintergrund. Ich hör's nicht. Na, Gott sei Dank. Der ist nämlich wahnsinnig laut. Das ist das kleine Problemchen. Der ist nämlich nicht ordentlich gekühlt. Also, er ist schon... Also, er wird... Er wird schon ordentlich gekühlt, aber... Jawoll. So, man hört's wirklich nicht. Ist wirklich wahnsinnig laut. Warum... kühlt er die CPU so hart? Das ist kacke. Oh, ich sag... Gott, das hat die mal noch Server getan. Äh, ich hab noch sieben Level übrig. Ich hab noch 13. Aber was haben wir jetzt eigentlich da drauf? Rückstoß und Schärfe? Ich hab Rückstoß und Haltbarkeit. Äh, was wollen wir auch diese Folge machen? Ey, wir könnten in Neta gehen. Das hatten wir ja besprochen, ne? Ja, und wir wollten hier die Form noch anrichten, ne? Ähm... Ja, genau. Wir wollten die Form noch machen und in Neta gehen. Und, äh, was wollten wir eigentlich noch... Ja, wir wollten, ähm... Also, äh, beziehungsweise... Es bietet sich an, ähm... Ich mach mal, äh... Okay, mehr Platz. Wir haben noch 5 Erde. Äh, gut. Ähm, es bietet sich an, ähm, wenn wir in Neta gehen, dass jeder von uns einen Bogen hat. Nicht nur du. Ich... Ja. Ich hab... Den bräuchten wir aber noch, ähm... Wir müssen das hier auch irgendwie verstecken. Ach so, Kohle? Ne, ich hab Kohle. Sehr gut. Boah, das ist wirklich wahnsinnig laut. Schwierig zu verstecken, ne? Naja, gut, doch, das geht schon. Warte mal. Wir... Ich brenne jetzt mal ein bisschen, äh, normalen Stein. Und wir verstecken das dann einfach hinter normalen Steinen. Das wird, äh, sicher sehr aufwendig, aber... Gut. Lieber so, als dass es dann jemand irgendwie durch Zufall kriegt. Und ich mein, Zuckerrohr ist wirklich eines der seltensten Güter. Ich mein, ach so, wir alle haben mittlerweile Dias, aber Zuckerrohr, wie ihr gesehen habt, haben wir bisher nur an einer Stelle gefunden. Wir sind ja wirklich fast die gesamte Map abgegangen. Ja, und, ähm, ähm, die Typen, die dann kurz nach uns auf dem Fernwandland sind, die haben wir nochmal gefragt. Und ja, die... Oh, sorry. Äh, die, die haben uns gesucht, weil die dachten, weil die Bock auf den Kampf hatten. Ja, das war wirklich krass, weil, ähm, ich hab dann, ähm, ich hab dann dann gestern nachts um eins hab ich die noch gefragt, ey, Leute, warum seid ihr uns direkt nachgejoint, das war halt schon ein bisschen, ähm, so ein bisschen sehr, sehr, sehr auffällig. Ja. Und, ähm, was das gesollt hat und so. Und die meinten dann, ähm, ja, sie wollten eigentlich auch eine Folge aufnehmen, genauso wie wir in dem Stil, nach, nach dem Motto, ähm... Ja, was kann man... Pass. Einfach mal, äh, so schnell sneaky, ne, weißt schon. Ähm, aber das ging ja dann auch nicht. Ey, kannst du das eins, eins tiefer setzen? Dann brauchen wir nicht so viel, äh... Hä? Ne, ich baue hier so einen kleinen, äh, kleinen Weg rein. Ich versteh... Dass wir das verstecken können. Wir verstecken das so richtig, boche Sinne. Okay, baust du das dann hier so? Okay. Ich hoffe, der brennt das ein bisschen schneller und man hört das wirklich nicht. Mann, ist das laut! Was soll'n das? Warum dreht denn der Prozessor so übelst? Ich weiß nicht. Der Prozessor-Lüfter, nicht der Prozessor selber. Das wäre ein bisschen merkwürdig. Gario. Und Gario hat sich bestimmt eine Stunde lang... Hast du die Erde? Äh, nein, ich hab' keine Erde mehr. Ja, hier ist nämlich noch Erde. Ähm... Ähm... Das wird schon, wo ich gerade nicht... Ich hab' ich gerade auf den Außenkonzept... Hörbe! 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 Das ist ein Konzept gebracht. Ja, ja, ähm... Gario hat bestimmt noch eine Stunde... Die ganze... Oh, ich sag' aber... Ähm... So... Hat die ganze Zeit gelacht, wegen seinem Joke, der ja so witzig war. Aus Folge... Welche Folge war's denn? Folge 5. Ähm... Ähm... Okay, das muss rei... Ne, mach mal hier in der Mitte... Ähm... Warte mal... Mach schon... Nein, da... So, mach hier in der Mitte... Ähm... Warte mal... Mach schon... Ah... Gut, ich meine... Äh... Dadurch, dass wir das hier in der Folge zeigen, ist es sowieso nicht versteckt. Wir haben auch nur noch zehn Minuten, um in den Neta zu gehen, von daher, ich glaube, wir gehen heute nicht in den Neta und gehen da jetzt... Das kommt davon, wenn man zu schnell spricht. Ganz ernst, aber es ist echt eine Plage hier. Dann gehen wir in der nächsten Folge, ne? Ach, wie geil! Was? Dias? Ich hab Dias gefunden, gleich mal. Echt? Ja. Ich dachte, das wäre jetzt ein Scherz. Oh, geil. Vier Stück. Bis jetzt. Achso. Cool. Ja. Damit hätte ich jetzt als letztes gerechnet. Bei unserem Glück. Ja. Na, sehr gut. Ja, ich würde nämlich auch gerne heute nochmal Strip Mining gehen. Wenn wir schon für alles andere keine Zeit mehr haben. Hast du Samen? Ich hab nämlich nur zwei Samen. Ja, ich hab noch vier Stück. Dann gib sie mir mal. Bitte sehr. Ja. Sehr gut. Ich versuche das hier ein bisschen zu verstecken. Ich hab noch zwei Bratenstein. Ja, okay, da breit drauf aus. Ähm, ich... Na, 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 lass es mal erst. Jetzt hast du Stamm verschwendet. Ja, gut, wir haben Kohlen, ja, egal, Kohle kriegen wir so oder so wieder. Ich hab genug Kohle, ich hab noch unten ein Stack Kohle. Ja, hast du alles angepflanzt? Ja, ja. Okay, dann müssen wir uns bloß die Stelle merken. Und, ähm... Dann mach ich das mal ordentlich zu. Äh, ausgeleuchtet ist da drin, ja, ne? Mh. Und hiervon mach ich... Ja, ist auf jeden Fall ordentlich ausgeleuchtet. Ja, auf Sand wäre es jetzt natürlich, ähm, besser, aber gut. Ja. Warte, ich geh hier nochmal hoch. So dämlich. So schön. So schön. Warte, ich geh hier. Stein. Ist bisschen auffällig, aber gut. Das, äh, soll ja nur ne Notlösung sein. Boah, das muss man doch hören. Das ist echt nicht? Doch, jetzt echt. Na, also. Dacht schon, ich, irgendwie, ich hätte einen sehr empfindlichen Geruch... Nur, nicht Geruchssinn. Ähm, Gerhörsinn. Ja, aber ich hab, ich hab das, ja, das letzte Mal... ...wann ist, also bis jetzt war immer das Gehäuse zur anderen Seite offen. Warte, ähm, ich mach mal nun endlich... Können wir irgendwie rein? Äh, ja, wir müssen uns halt jedes Mal reinbauen. Das ist halt das kleine Problemchen. Deswegen werde ich auch... Gis, kommst du bitte raus? Ja, warte kurz. Weil sonst muss ich dich wohl oder übel einbauen. Ich hab hier kurz nur noch endlich hier, passt. Nee, wir sind allein auf dem Server, okay. Dass mich gehen kann, oder was? Nee, nee. Nee, ich, äh, mich dachte, ich hätte einen Namen gesehen. Kommst jetzt bitte mal raus. Wie denn? Ja, hochbauen. Warte. So, und jetzt noch einen. Das ist dann einigermaßen... Ich bin schon fertig. Was? Hast du schon fertig gebaut? Ich bin schon fertig, ja. Okay. Äh, ich... Wir legen noch... Also, ich leg noch ein paar Sachen in die Kiste. Äh, an die Stange. Ich fang... Warte, ich fang. Da noch einen hier. So, okay, ähm, wir gehen an unsere, ähm, alte Stange. Und graben. Da, weiter. Oh, da muss ich auch tatsächlich niesen. Man liegt sicher daran, dass ich heute keinen Tee drin hab. So, ähm... Gut. Schauen wir mal, dass wir ein paar Dias finden. Ähm, jetzt haben wir ja... Moment, ich muss die vier Stück, die ich im Moment habe, lege ich auf jeden Fall noch in die Kiste. Ähm, was geil wäre, wenn wir uns dann... natürlich eine Glücksspitzacke machen könnten. Ja, ich weiß nicht. Ab wann gibt's eigentlich Glücksspitzacke? Ab... Level... 12. Ab Level 12. Genau, wie beim Bogen, dass man ab Level 12 Unendlichkeit drauf bekommen kann. Okay. Wenn du das so gut weißt, ab Level 12. Du, mir geht langsam das Essen aus. Ja, ich hab auch noch einen geworben, das sind hier falsch. Aber zwei Rohr, Rindfleisch. Äh, ich hab noch ein paar Knochen, das können wir tatsächlich auch... Habe ich gerade einen Slime gehört? Ich höre eigentlich gar nichts. Ich sollte mal die Lautstärke an meinem Headset höher drehen. Aber die ist schon auf Maximallevel, super. Ja. Nein, jetzt ist es tatsächlich noch ein bisschen lauter. Vielleicht, was ich auch nicht am Maximallevel. Ja, obwohl hier niemand ist, bin ich taumäßig angespannt. Aber haben wir uns eigentlich goldene Äpfel gemacht? Nein. Sollten wir mal. Ja, ich strip mal nie. Ja, ich auch. Das heißt, Sie sollten uns vielleicht mal dran, so in vier Minuten dran erinnern, dass wir goldene Äpfel machen sollten. Und... Ja. Ja, oder... Wie viele Äpfel haben wir denn? Äh, gar keinen. Bingo! Ja, ist eine berechtigte Frage, wie wir dann goldene Äpfel machen wollen. Doch, ich glaube, wir haben sogar welche. Echt? Ich glaube schon. Ne, ich glaube nicht. Okay, müssen wir haben. Müssen wir wohl oder welche, äh, wohl oder über welche suchen. Das Problem ist, dazu müssten wir ja Bäume komplett abgraben. Und selbst da ist die Chance niedrig. Was du das hier? Ja, ja. Okay. Ich war der Boss. Dias. Dias? Sehr gut. Eins. Anwarte ich. Eins. Zwei. Drei. Dann gehen wir halt nächste Folge in Nähter. Sechs Stück. Sechs Stück? Geil. Okay, dann haben wir jetzt elf. Ich weiß nicht. Machen wir schon irgendwie, äh... Ich habe keinen Fehler. Ich habe einen Mikrofäder bis klar zu nie. Was? Ich habe es klar zu nie. Brauchen wir eigentlich nicht. Aber was ich jetzt brauchen könnte, ist Holz. Hast du Holz? Ja, ja. Gut, gib mir mal. Ich gebe dir mal die Hälfte. Okay, danke. Weil ich brauche nämlich Holz für Fackeln. Da habe ich nämlich keine mehr und ihr wollt ja auch was sehen. Hey, bei mir sehen die alles in der Aufnahme. Ja, bei mir normalerweise auch. Aber ich setze dann doch gerne, ganz gerne mal Fackeln, weil dann sehe ich mehr. Seht ihr mehr? Ich seh nicht mehr. Ich seh nicht mehr. So. Ah ja, und Spitzhacken sollte ich vielleicht auch demnächst mal wieder machen. Aber die Folge ist eh gleich um. Schön wäre es, wenn ich vor Ende der Folge noch Dias finden würde. Ich habe das Dias. Ja, stimmt. Ich habe heute auch schon Dias gefunden, muss man sagen. Ja, genau. Oh, verdammt. Was? Ich bin auf andere Gänge gestoßen. Komm mal mit. Echt? Ja, komm mal her. Okay, die sind nicht ausgeleuchtet, aber doch, teilweise. Ich bin nach links gegangen. Okay, dann gehe ich mal in die andere Richtung. Okay. Hier geht es runter, hier ist Obsidian. Okay, sieht so halt eigentlich ganz cool aus. Schlecht sind das die, die wir in der zweiten Folge gesehen haben. Stimmt, das kann sein. Okay. Dass die hier großflächig was gegraben haben. Das Problem ist, das führt... Okay, hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle, okay. Ich bin hier auch weiter. Hier geht es auch irgendwie weiter. Aber das war abzusehen, dass wir irgendwann auf andere Gänge stoßen würden. Falls die auch Strip-Mining machen. Ich bin bloß... Wir müssen noch herausfinden, welches Team das war. Ja, gut. Das wird sich sehr schwer... Moment, hier sind Öfen. Echt? Ja. Also hier ist ein Ofen, auf jeden Fall. Was ist da drin? Oh, geil. Ich habe den Kohle gemobst. Ja, darf man doch, oder? Natürlich. Das ist ja nicht gesichert. Was war das? Was? Wir sind allein auf dem Server. Boah, da war gerade ein ganz komisches Geräusch. Okay. Ja, Minecraft selber hat auch sehr merkwürdige Geräusche seit der... Okay, wir sind jetzt bei 15 Minuten. Ich wäre dafür, dass wir wieder zueinander finden. Wenn wir sicher sind. Okay, ich gehe wieder in den Strip-Mining-Gang. Ja, ich versuche auch wieder in den Strip-Mining-Gang von den anderen zu finden. Und dann war es das aber auch schon wieder von der Folge. Wahnsinnig, wie schnell die Zeit vergeht. Ich glaube, hier lang war das, ne? Ja, hier geht's lang. Okay. Willst du in den Untergrundstrip meinen Gang? Ich weiß bloß nicht, wo der ist. Aber es ist auch wurscht. Weil die Folge ist auch langsam um. Ich irre hier einfach heute. Okay, dann baue ich den Gang zu. Ah, hier ist der Gang, okay. Okay, dann leften wir. Nein, 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 ich nutze die letzten 20 Sekunden, um nochmal zurückzukommen. Okay, und ich lefte. Du leftest, okay. Du leftest drüber. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Bleibe ich hier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.